Hi und herzlich willkommen zurück hier bei ClocktowerDry Und ja, ich habe das jetzt einfach mal Ich habe jetzt immer noch dieselbe Aufnahme-Session wie zum Beispiel gestern oder mache da 2-3 Sekunden später weiter Liegt aber bloß daran, dass man dann für mich einfacher ist im Schnitt dann einen Cut zu setzen Außerdem muss ich ja irgendwie meinen Arsch mal für die Livestreams ein bisschen trainieren dass ich da auch mal ein bisschen länger wie 2,5-3 Stunden sitzen kann Wer übrigens da Bock vielleicht mal hat kann gerne einschalten Der Link zu Twitch müsste eigentlich unten in der Beschreibung sein Also wer Lust hat Die Mail ist doch besser, wie man so schön sagt Können wir auch da mal direkt ein bisschen quatschen Der Hase aus Silent Hill Warum ist jetzt hier ein Kind oder ein Baby Kann das sein Kann das sein, dass wir wieder im Haus sind Ja, im Fragezeichen das ist sehr schön Okay, hier haben wir nichts weiter Mutter hat mir diese Statue gegeben Sie sollte mal im Zimmer sein Warum ist sie hier? Natürlich nehme ich gerade die Tür wo es lauter wird Ich möchte erstmal gucken was bei den anderen Türen ist Da komme ich wahrscheinlich nicht rein aber Vielleicht finde ich ja irgendeinen Hinweis Okay, hier ist nichts interessantes Und der ist abgesperrt Eigentlich müssten da Regale angebracht sein Was? Eigentlich müssten da Regale angebracht sein Achso Statt der Türe Okay, wir können bloß hier durchgehen Aber Krass wäre, wenn wir uns jetzt selber sehen würden als kleines Kind Also das wäre Ich wollte gerade sagen, es hat aufgehört Nein, hat es nicht Wir sind wieder zu Hause Das ist aber auch so wie zum Beispiel beim Silent Hill Da hast du auch irgendwann das Nowhere ganz am Ende des Spiels Wo du viele verschiedene Räume hast Und Alles irgendwie vom Spiel noch zusammengewürfelt wurde Was sehr cool ist Du aber nie genau weißt, wo du jetzt hinkommst Warum ist da ein Schaukelpferd? War das ein Geschenk vielleicht zu einem besonderen Anlass? Naja, wir gehen mal in unser Zimmer Da wird doch bestimmt irgendwas sein Ich kann nicht rein Abgesperrt Hm, Nancy Was macht denn Mamas Name da? Ich gucke hier nochmal weiter Wie war das da? Das Geräusch macht mich kirre Es wird ja noch lauter, oder? Oder bilde ich mir das gerade bloß ein? Mum? Das ist es, du? Where are you? Mum! Alyssa, my sweet baby. This necklace has been handed down in the Hamilton family for generations. There are four leaves, one each for love, friendship, hope, and courage. These four leaves together lead the wearer to true happiness. I'll give it to you, Alyssa, when you're older. Oh, you're laughing. Philip, darling, father, Alyssa has laughed for the first time. What are you doing, Dick? Grandpa! Grandpa! Stop, Dick! Don't do this! Why did Nancy have to marry a man like you? A man with no spine, no spirit? Now you've seen the truth. It was your beloved grandfather who murdered your father. That's impossible! It's not true! No! Ugh! Ugh! Äh! Äh! Oh... Aaaa?! Gah! och dh Okay, erstmal krasse, wenn wir wieder Geschichte und das, nein, das war noch nicht lang genug, fuck Ich find das schon Ich find, ja, jetzt auf einmal Ich find das schon, oh oh Au Ich find das schon krass, das war jetzt schon gegen die Kämpfe Das ist noch ganz schneller, wie ich dachte So, kannst du noch mal so komisch Genau so, warte, warte, warte So, das sollte doch reichen, oder? So, zwei Musken Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht nur den Stamm Natürlich Dreck Oh oh Komm, 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 komm Nein, 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 nein Au, fuck Ja, du aber jetzt auch nicht Steh auf, Mädchen Oh Gott Nein Warum Aber es müssen noch zwei sein Steht jetzt schon wieder zu nah dran Oh, toll Das treffe ich wieder nicht Bewege dich mal Dreck Ich würde dazu gerne Spezialangriffen Ernsthaft? Warum bewegt er sich schon wieder weg? Oh, Drecktyp Das liegt doch gerade so gut Warum musst du jetzt zur Seite gehen? Okay Okay, cool Zieh zurück Alter Ich weiß nicht, ob ich mir dazu so Zeit lasse Ich stumm wieder Aber er wurft Gott sei Dank noch nicht Nein Ach toll, jetzt hätte ich ihn getroffen? Oh Ernsthaft? Warum musst du ja immer zur Seite latschen? Mit Lins Nein Es hat nicht gereicht Ich will doch bloß einen Spezialangriff machen, Mensch Hau ab, Mann Aber ganz ehrlich So wie er momentan ist Habe ich mir viel zu viel Sorgen gemacht Dass das jetzt zu schwer sein sollte Kommt der so an mich ran? Ich weiß es nicht Hau ab, Junge Nein, 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 nein Boah Also ich würde den wahrscheinlich auch so schaffen Aber ohne Spezialangriff Fuck, 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 fuck Warte, warte, warte Ich stelle mich jetzt mal hier hin Das sollte doch reichen, oder? Nee, doch nicht Oh, komm rein Schade, ich dachte, ich könnte schon mal eine Spezialangriff machen Oh, komm, Mann Das ist das, das ist das Das ist das, das Das ist das Ihr werdet zu ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 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 Meine Familie, die Obligation kann nicht schirkt werden. Any attempt, um zu vermeiden, ist wirklich schämflich. Als ich der Herr von diesem Haus bin, dieser Mann wird niemals als einer von uns genommen werden. Endlich, Philipp ging zu weit. Ich kann ihn nicht mehr aufhören, ihn zu defieren. Ich kann mich nicht mehr aufhören, aber das Hed-Strong-Akt hat mich in eine Vile-Murderer. Ich muss mein Geheimnis zu dem Grafen. Ich kann nicht die Ruda-Line und die Hamilton-Legasie werden müssen. Es ist nichts zu tun, aber die Polizei zu beherrschen, und mit der Wunschung mit der Wunschung. Also, es ist doch wahr. Und? Ich war gerade... Jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Spezieangriff machen konnte. Wir werden nur noch pro gegen den Herrn nochmal kämpfen. Fand ich aber trotzdem gerade ein bisschen fies, weil ich dachte, ja, haben wir es jetzt doch geschafft. Halt normalen Mitteln, obwohl eigentlich der Balken war, glaube ich, noch lange nicht so weit gewesen. Aber... Naja, gut, wollte ich mich nicht beschweren. Und dann das. Da ist eine kreisförige Vertiefung. Was könnte da drin sein? Alter, was ist... Jetzt sind wir hier aber auch auf dem Friedhof. Warte mal, bevor ich hier vielleicht irgendwie zu schnell wieder rauslatsche. Alter, dieses Geräusch. Was ist, was ich schon mal in der Versteilung. Ich wurde durch eine Entität, und habe alles in die Darmt in der Dunkelung. Ich wurde durch die Darmt. Das war noch gar nicht. Was ist, was ich? Was ist, was ich? Was ist, was ich? Was ist. Was ist, was ich? Was ist der Ritual of Engagement? Tell me! Tell me what's going on! Wenn wir jetzt nochmal alle retten müssen, das ist schon ein bisschen viel, aber... Alter, diese... Ich weiß nicht, ob ich euch das auch so auf dem Keks seht. Ja, Lavendel. Diese hohe Stimme, dieser... Ist doch irgendwie ein bisschen alt. Da weiß ich jetzt schon, dass die auf Dauer nervig wird. Aber ich kann sie ja nicht einfach abschalten. Ah, guck mal, hier kommen wir wieder nach Hause. Ich hab sogar noch Wasser da am Start. Äh, ich mach das aber erstmal nicht. Aber jetzt... Ist jetzt eigentlich das Haus... Müsste doch eigentlich so weit zerstört sein, oder? Also, ein normales Haus können wir ja eigentlich nicht zurück. Oder kommen wir jetzt an einen anderen Ort? Oh, ja, lol. Okay. Gut, da hätte man sich auch denken können, ich brauche auf jeden Fall einen Mount. Und irgendwas anderes, was ich da vielleicht noch einsetzen könnte bei der anderen Statua. Oh, hier ist Geräusch. So, flup. Okay, dann nochmal. Und auf geht's. Oh, diese Stimme. Hier ist wieder ein anderer Friedhof. Netter Versuchsspiel. Aber ich bin Schlimmere schon gewohnt. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Ja! Die Stimme. Ihr Engagement beginnt! Ihr könnt wegwerfen! Ich habe sie ins Internat geschickt, damit sie nicht als Ruder kämpfen muss. Aber lassen sich die Entitäten alles das Herz so leicht entgehen? Man sagt, dass ein Ruderherz für das Ritual der Bindung nötig ist. Ein Ruderherz von einem Körper am 15. Geburtstag. Ich hoffe bloß, dass sie sich ihn bis nach ihrem Geburtstag entziehen kann. Ja, wir waren ja zu neugierig. Vielleicht von Anfang an. Also nicht. Ernsthaft. Und diese verkackten Schmetterlinge wieder. Ja, ich... Ey, die Schmetterlinge sind echt scheiße. Ich dachte ja am Anfang, dass die vielleicht auf unserer Seite ein bisschen sind, aber nein. Jetzt bin ich aber gespannt, wo das Spiel Zwischengespräch hat. Wahrscheinlich genau an der Stelle. Was heißt Zwischengespräch, aber wo ich fortfahren kann. Ich hoffe, dass es an der Stelle ist. Ansonsten die Zwischensequenzen können wir dann, glaube ich, ganz normal überspringen. Aber ich gucke erstmal. Weiß natürlich, was jetzt ich wo ist, dann... Ja. Ah, ist hier wieder. Aber ich hätte doch gerne was erstmal, um die Flasche aufzufüllen. Ja, netter Versuchsspiel. Hier. Aber ich glaube das... Ne. Das funktioniert nicht. So. Genau. Habe ich jetzt das? Habe ich schon. Okay. Nein, habe ich noch nicht. Mann. Hier. 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 Müsst du uns jetzt komplett den Kopf wegsäbeln. Das muss ich jetzt also immer wiederholen. Oh Gott. Aua. 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 Etwas steht entlang des äußeren Rahmens. Reinigle dich mit heiligem Wasser. Erwecke die Löwen in exakter Reihenfolge. Okay. Wahrscheinlich muss ich da das Wasser nochmal drauf sprühen. Nehme ich jetzt mal an. Oder auch nicht. Auch Typ. Ja, toll, jetzt ist er wieder so nah, dass ich jedes Mal eine abkriege, wenn ich bei ihm in der Nähe bin. Aber in der richtigen Reihenfolge? Hier ist noch einer. Ich weiß ja nicht mehr, was die richtige Reihenfolge ist. Und wo waren jetzt noch mehr? Oh, da ist auch einer, ne? Ich kam nicht vorbei und ich komme auch nicht vorbei. Ja, ist also klar. Oh, fuck. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020